hi youtube ich bin es heute mal wieder heute für euch was ganz besonderes wir genießen heute mal den sonntagnachmittag und gehen seit langem mal wieder die motorworld in der region stuttgart in dem fall in böblingen besuchen und da möchte ich euch einfach mal einen kleinen einblick verschaffen für die leute die noch nicht dort waren für die leute für die der weg auch so weit ist sag ich mal dorthin und da möchte ich euch mal zeigen was es dazu alles zu sehen gibt an der motorworld wir sind oder ja ich sag mal ganz vorsichtig dort hat es fahrzeuge oder autos die viele so leider nicht zu gesicht bekommen wir hier unten im süddeutschen raum sag ich mal ganz vorsichtig wir freuen uns dass wir so eine location haben dass wir so eine möglichkeit haben dass wir solche autos sehen dürfen wir haben hier den vorteil dass ferrari hier vor ort vertreten ist das lamborghini bentley und direkt nebenan auch seit wenigen monaten porsche vertreten ist das heißt wir haben hier relativ viele schöne hochwertige marken auch autos die sich ein normalsterblicher wie wir natürlich nicht leisten können aber das einfach mal anzuschauen das zu fühlen das zu hören das macht einfach immer wieder spaß und es ist jedes mal aufs neue schön wenn man dorthin kommt und einfach neue sachen sieht ja und auf diesem weg möchte ich euch jetzt mal mitnehmen und bin ich mal gespannt was ihr sagt wie ihr es findet und vielleicht startet ihr dann auch mal der motorworld einen besuch ab ich würde sagen wir sind jetzt gerade angekommen und dann suchen wir uns einen parkplatz und sobald wir einen parkplatz gefunden haben dann würden wir euch mit reinnehmen und drinnen schauen wir uns mal die autos an schauen uns mal die location an und dann könnt ihr euch euer eigenes bild davon machen eure eigene meinung und ich wünsche und hoffe dass es für euch ein paar schöne sachen zu sehen gibt und in diesem fall würde ich sagen dann bis nachher wir gehen jetzt rein rein bis gleich ciao bei Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank. Und viel Spaß. Ciao. 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 Ciao.